Du brauchst das eigentlich oft gar nicht auf die Uhr zu gucken. Du guckst ja jetzt in die Flasche, wie spät das ist. Ja, die ist anscheinend wieder voll. Genau. Das ist die Wunderflasche. Hallo, kannst du mir helfen? Prüfst Lea erstmal an. Das sollte ja auch ein Charakter sein, der absolut sympathisch ist. Ja, ne? Weiß sich nicht aus. Ganz ehrlich, der rüppst sie an, sagt, ich bin der Osterhahn mit den dicken Eiern. Und weißt sie nicht aus und sie lässt ihn einfach rein. Genau. Und bezeichnet natürlich Laura auch noch als Fräulein, was auch noch schön sexistisch dazu ist. Richtig schön altbacken. Dann haben wir auch noch mal gleich einen nachgelegt. Sind sie ja schon mal, wer sonst? Ja. 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 Ja.